Musik Such was Funkiges raus. Nur für den Fall, dass wir hier schnell verschwinden müssen. Also folgendes. Vor mir sitzen ein paar der besten Gangster des Landes. Und natürlich der junge Mozart in seinem Go-Kart erbrüht. Die Menschen lieben tolle Danküberfallgeschichten. Also geben wir ihnen eine verdammt schamlose Luft. Dann können sie bei ihrem Kaffee über was reden. Was hört ihr denn? Warte, ich check das kurz. Tequila! Der Scheiß ist echt Bananas, Doc. Tequila! Scheinst du ein echter Glückspilz zu sein? Richtig, sag's ihm, Baby. Das war Oscar-verdächtiger Scheiß. Verdammt richtig. Tut mir leid, man. Was zum... Du bist Phillips, nicht so schön. Du bist USD, nicht so schön. Du bist unbedingt anders. N voiture! Bis zum nächsten Mal.